Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die Dachseanalyse für Mittwoch, den 19.04.2023 und das Bild wurde mir heute vom Translokator etwas aufgezwungen, muss ich sagen, aber es passt so wie die Faust aufs Auge. Die Hunde, die sich hier im Kreis gedreht und gebellt haben, haben die Bären weiter auf die Kiefer getrieben, um es mal bildlich in Worte zu fassen. Wir haben weitere Hochs gesehen, wir haben im Grunde genommen eigentlich schon fast das Allzeithoch hier, also auf jeden Fall Neujahrshochs, haben das Allzeithoch schon fest im Blick. Wenn wir hier auf den Tagesschart gucken, da fehlt nicht mehr viel, denn das ist der bisher höchste Kurs, auf dem unser DAX je notierte. Das heißt, auf dem Niveau kann man schon sagen, befinden sich definitiv auf Sicht der letzten, keine Ahnung, 50 Jahre 98% der Anleger, die gekauft haben, im Plus, wenn nicht Grauen sogar noch mehr. Also es sind ja bloß die im Minus, die hier sind. Das heißt, er kriegt jetzt natürlich auch nicht viel Abtrieb oder Verkaufsdruck durch Leute, die jetzt hier aus ihren Verlusten heraus in Panik ausbrechen, weil sie auf den Chart gucken und sich denken, meine Güte, 15903, ich muss hier raus, bevor mein Geld nichts mehr wert ist. Das fehlt halt hier. Ja, und deswegen sieht man auch dieses Geschruppe und Geschramme, was er hier über den Tag macht. Das ist klassisches Bullenverhalten, also klassisches Marktverhalten in einem bullischen Anstieg. Ein bisschen verkeilen tut er das schon, also das sieht man sogar hier im Tagesschart. Aber das ist, wie wir die ganzen letzten Tage herangehen, ist eigentlich das Einzige, was du hier machen kannst. Unten im Bereich definieren, wo man sagt, okay, da drunter macht es keinen Sinn mehr, Short zu suchen, äh, Long zu suchen und alles, was darüber ist, einfach mitgehen. Das nützt da alles nichts. Gucken und machen und ach doch, und hier könnte ich doch mal und dann wieder minus, 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 minus. Ähm, lieber, so wie wir es gestern gesagt haben, Rücksetzer, grüne Kerze ist schon da, perfekt kann er oben, wenn er sicher macht und nicht unter 800 runterfällt, dann weiter steigen. Das hat er getan, ähm, und ist damit ein weiteres Stückchen hochgekommen. Sollten wir jetzt auch zum Mittwoch hier oberhalb von 15.900 notieren, ähm, wäre auch erstmal wieder Long zu verpassieren. Rein in die 49, dann 16.000 bis 16.20. Erwartet dort bitte keine phänomenale Umkehr. Es ist eine Psychomarke, die kann reagieren, aber hütet euch davor, dann da zu sagen, aber jetzt muss er doch drehen, weil er doch schon soweit gestiegen ist. Ähm, es gibt auch viele Psychomarken, die einfach gnadenlos durchlaufen werden und zwar nicht nur um 5, 6, 7 Punkte, sondern einfach durch, durch, ohne dann da nochmal die nächsten Tage wieder drauf zurückzukommen. Das haben wir oft schon mal gesehen im DAX, da ist er einfach durch so eine Marke durch und hat sich da ein paar Monate dann auch erstmal nicht mehr weiter blicken lassen, weil er einfach weiter durchgezogen hat. Und deswegen passt hier gut auf, ne, dass sie mit der Signallage handelt, mit den Kerzen, mit der Bewegung und, ähm, euch auf Short eben auch fokussiert, wenn dann die Short-Signale eben auch kommen. Ne, bis jetzt wurde es immer ein bisschen belohnt, hier die neuen Hochspotnummern abverkauft kann. Kann sogar eine Verkeilung sein. Also, ich finde das gar nicht so, so abwegig zu sagen, ne, dass von der Struktur her, das sieht ein bisschen schwächelnd aus. Die, haben wir jetzt noch nicht schon drüber gesprochen, ne, das brauche ich mich eigentlich nicht wiederholen. Die Bewegungsdynamik flacht ab und so weiter. Es gibt schon genug Gründe, um zu sagen, na, hier kommt bestimmt eine schöne Abwärtsbewegung noch, aber dann, ich persönlich handhabe es so, ich trade dann halt auch wirklich erst, wenn sie anfängt halt, ne. Und mir geht es dann nicht darum, dass ich dann am absoluten Top in der Bewegung drin stehe, sondern mir geht es eher darum, jetzt noch so lange long zu handeln, wie er noch steigt. Und wenn er dann wirklich umkippt, wenn er dann wirklich anfängt, richtig rote Kerzen wegzuschrubben, dann gucke ich mir den an, warte den Rücklauf ab und steigt dann hinten raus ein. Und dann ist immer noch genug an Punkten da. Selbst wenn man den 200, 300 Punkte erstmal anlaufen lässt, dann ist immer noch genug Punkte da und dann flutscht einem so ein Short auch viel leichter aus der Hand, viel leichter aus dem Finger, als wenn man hier jedes neue Hoch versucht abzuschorten. Ja, also von daher habt es ein bisschen vor Augen. Wir können ja auch durchsteigen durch eine 16.000. Ne, das ist immer für viele geistig schwierig zu verarbeiten oder zu begreifen oder zu verstehen. Viele versuchen dann rational irgendwas zusammenzureimen im Kopf, warum etwas muss, könnte, kann, ist Quatsch, könnte direkt abhaken, weil die Börse ist nicht rational. Ja, also egal, ob das auf Nachrichten fundamentale Einschätzungen oder was auch immer bezogen ist, die Börse, der Markt ist nicht rational. Definitiv nicht, nachweislich nicht. Ja, das heißt, es ist auch nicht auf rationaler Ebene durch tolle, clevere Gedanken. Um zu belegen, was da passiert halt. Hinterher passt immer irgendwas, was man drüberlegen kann. Man kann sagen, es liegt um Euro, es liegt daran, hier Erwartungen und so weiter und so fort. Das kommt aber in der Regel immer erst hinten raus. Wenn die Bewegung dann wirklich sehr fortgeschritten ist, dann gibt es genug Gründe, warum denn das jetzt so positiv ist, die Weltwirtschaft und so weiter und so fort und warum deswegen der Markt so gestiegen ist und dann fällt er auch. Solange sie alles böse und gruselig ist und Ukraine und so weiter. Gut, das ist ja schon fast wieder vorbei, das Thema. Aber das hat uns die Bewegung eigentlich angenähert. Also nicht nur die, das ist hier. Guck mal, wo haben wir unsere ETFs gekauft im Premium-Dienst? 12.500. Das war Ukraine, wenn ich es jetzt nicht ganz durcheinander bringe. Das ist schon so lange her, ja? Hier, hier. Das ist so lange schon her wieder. Wahnsinn. Aber hier 12.500, das war mal unsere ETF-Kaufstation. Jetzt können wir schon fast drüber nachdenken, hier. Dann oben langsam mal ein paar Teilverkauf-Niveaus ins Auge zu fassen. Aber egal. Mir geht es jetzt darum, wo liegen jetzt die nächsten Ziele? Im Tagesshot ist das ganz klar. Da gibt es nur noch eins, was da oben kommt. Das ist hier, das ist hier oben die, das letzte Hoch. Das letzte Hoch liegt, wir können ja gleich mal gucken. Das letzte Hoch liegt hier im X-DAX, also im X-DAX. Das ist der von 8 bis 22 Uhr. Der wird von der X-DAX-Bürse gestellt. Das ist eine offizielle DAX-Indikation, die ich hier analysiere. Also auch von der X-DAX-Bürse. Ist eine kostenpflichtige auf Tradingview. Bekommt man so nicht. Ich nehme die gerne. Ich arbeite gerne mit der, weil ich finde, sie läuft technisch viel, viel, viel besser wie dieser normale X-DAX, der von 9 Uhr bis 17,30 Handel. Da fehlt halt der amerikanische Handel vollkommen drin. Der ist hier eben mit drin, 8 bis 22 Uhr Kurse. Dadurch hat man aber ab und an mal abweichende Hochs und Tiefs. Deswegen wundert euch nicht. Das absolute Hoch liegt hier bei 16,300 und hier im Januar 2022 bei 16,285. Also hier war es der Freitag, der 19. November 2021 mit einem absoluten Hoch von 16,300 und 2,85. Das sind jetzt halt oben die nächsten Ziele dann, die hier tatsächlich auf der Ebene relevant werden, in dem Moment, wo unser DAX über die 16,000 drüber geht. Ja. Ich würde mal kurz pausieren. Ich würde mal kurz in den Xetra-DAX noch reingucken, ob es dort ähnlich ist. Wartet mal kurz. So, ich hatte bloß kurz pausiert das Video, auch wenn es für euch jetzt im direkten Zusammenhang ist. Kann den nicht zeigen. Den nutzen wir immer im Premium-Dienst für die ganz übergeordneten Wegrouten, was wir quasi im Premium-Dienst dann machen. Also alles, was dann ab Wochenchart aufwärts ist. Hier gucken wir ja immer bloß täglich in die Woche rein. Im Premium gucken wir halt auch aller zwei Wochen mal auf die große, auf den großen Fahrplan. Und um das jetzt hier nicht zu leaken oder zu publizieren, gibt ja Leute, die bezahlen dafür Geld. Das ist man nicht gerne gesehen, wenn dann sowas verschenkt wird. Ähm, dort ist es, habe ich jetzt gerade geguckt, 285 und 290. Ja, also, dann können wir festhalten, dass eigentlich bei 16.285 der wichtigste Punkt auf der Oberseite liegt in dem Moment, wo wir jetzt hier weiter nach oben notieren und auch über die 16 gehen. Ich sehe gerade, Gaps haben wir hier auch keine mehr. Ja, aber heißt nicht, dass er deswegen nicht fallen kann. Ja, verstehe das nicht falsch. Also, nur weil der Blick nach oben freier und offensichtlicher wird, heißt das nicht, dass wir nach unten das Risiko völlig außer Acht lassen müssen, keine Subloss setzen und so weiter. Nein, 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 nein. Also, wer das nicht versteht, der versteht, glaube ich, den Kern unserer Art und Weise, wie wir ran gehen, überhaupt nicht, ne? Also, unser DAX darf jeden Tag alles machen, ja? Mir geht es nur darum, in bestimmten Wenn-Situationen, dann auch eine Dann-Situation. Also, wenn, dann eine Bedingung, ne? Eine Abfolge einer Bedingung festzulegen, um die es eben klar, wenn unser DAX oberhalb von 15, 1.900 weiter nach oben schiebt, gehe ich davon aus, dass wir 15, 9, 40 erreichen, dass wir 16, 16, 20 erreichen. Der darf da reagieren, gerne. Aber wenn er nicht reagiert, geht er weiter. 16, 1, 18, und dann geht er weiter. 16, 200, ja? Das ist der Weg nach oben. 2,30, 2,85 dann als nächstes. Sollte er nach unten reagieren, haben wir weiterhin hier einen relativ guten Support im Bereich um 15,800 abgebildet. Der kann auch nochmal halten, ja? 800 bis so 7, 7, 87, 7, 67, 7, 70. Das ist eine gute Supportzone, die auch einen weiteren Abflug von oben nochmal aushalten würde, um ihn dann wieder aufzudrehen. Wir haben schon hier noch nichts Höheres, was wir anwenden können. Man könnte mit viel Fantasie vielleicht schon eine 8, 40 noch mit hinzuzählen, aber ich würde schon eher sagen, wenn er zurückkommt, beispielsweise nach einer Reaktion an der 9, 40, ja? Oder an der 16,000, wäre durchaus so, 800 nochmal eine gute Anlaufzone von oben oder eben dann halt hier die 7, 40, ja? Und das sind beides gute Anlaufzonen von oben, um sich dann sogar auch nochmal hochzudrehen. Also er könnte nur zum Beispiel so machen, dass er jetzt hier hochgeht, 16,000, runterdreht nochmal und dann nochmal hier nach oben so und Schwung holt, ne? Also dass er so einen Bogen macht. Das macht er ja ganz gerne. Ne? Deswegen schön aufmerksam sein, seht ihr Schwäche, seht ihr Stärke im Tag, seht ihr Stärke im Tag, handelt halt long, ja? Und wenn Schwäche reinkommt, long zurückstellen, surplus ranziehen, gegebenenfalls vielleicht auf Short wechseln oder passiv arbeiten, sein lassen, kurz zugucken und sobald dann wieder Stärke reinkommt, einfach wieder long. So mache ich's und ich denke, damit fährt man hier auch nicht verkehrt. Also zumindest besser, wie wenn man die ganze Zeit Short dagegen klopft und sich dann immer ärgert, dass man hier nach oben hin weggetragen wird, ja? Gut, ich würde damit das Video jetzt hier zumachen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!